In dem Land, da bewegt sich was, ist ja auch kein Geheimnis, dass der Präsident Xi ein Fußballfan ist und der Plan ist ja bis 2025, glaube ich, 50.000 Fußballschulen aufzubauen und man merkt da gerade die Bewegung in China und wir wollen da mit dabei sein, wir wollen unser Know-how einbringen, da unterstützen und ein Teil dieses Fortschritts einfach sein. Der FC Bayern hat natürlich den Anspruch immer wieder zu gewinnen und das wollen wir natürlich auch vermitteln beim FC Bayern und genauso in den Fußballschulen, dass man diesen FC Bayern gehen sozusagen lernt, dass man lernt zu gewinnen, dass man jedes Spiel gewinnen will und diese zwei Sachen stehen immer im Fußball im Vordergrund.